Du suchst einen abwechslungsreichen Job, hast erfolgreich deine Ausbildung beendet oder möchtest einen ganz neuen Weg einschlagen, dann komm ins Team der Landbäckerei Schmidt, denn wir suchen Verstärkung im Service. Als Servicekraft übernimmst du neben den Tätigkeiten des Verkaufs in erster Linie das Bedienen. Dafür nimmst du Bestellungen auf, bereitest sie vor und servierst sie unseren Gästen. Sollte dir der Umgang mit Lebensmitteln und Menschen Spaß machen, bist du bei uns genau richtig. Wir bieten dir einen Einstieg auf für motivierte Quereinsteiger, eine faire Bezahlung, zuzüglich Sonn- und Feiertags- und Springerzuschläge, ein familiengeführtes und krisensicheres Unternehmen, vierwöchige Dienstpläne, die selbst mitgestaltet werden können, Personalrabatte in all unseren Serialen und steigende Urlaubstage nach Betriebszugehörigkeit. Für uns ist das Brötchenbacken nicht nur Beruf, sondern auch Berufung. Deshalb stellen wir in unserem modernen Handwerksbetrieb alle Backwaren selbst her, nach eigenem Rezept täglich frisch. Und das seit vier Generationen. Unsere Backstuhl mit angeschlossenem Kaffee befindet sich in Königstein. Unsere über 40 Filialen erstrecken sich im Raum der Sächsischen Schweiz bis nach Dresden. Wenn wir dein Interesse geweckt haben, kannst du dich direkt über Facebook und Instagram bewerben. Ganz ohne Lebenslauf. Klicke ganz auf den Link unter dieser Anzeige. Wir freuen uns auf dich. Aussehen. Achso, Entschuldige.